In diesem Video zeigte ich von GoFitness einen Protein-Cookie mit dem Namen Peanut. Hier handelt es sich um einen mit Erdnussbutter gefüllten Keks. Der Cookie sieht sehr simpel aus, ist mit kleiner Schokolade umhüllt und duftet fein nach Erdnuss. Schneidet man den Cookie in der Mitte durch, so wird der Erdnussgeruch noch ein bisschen intensiver. Die Konsistenz der Füllung ist relativ kompakt. Im Vergleich dazu ist die Cookie-Masse selbst weich. Bei diesem Cookie könnt ihr euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass ihr vorwiegend einen super leckeren, feinen Erdnussgeschmack bekommt. Die Keksmasse selber ist leicht süßlich und erinnert ein bisschen an Rührkuchen. Von der Konsistenz her ist die Füllung nicht ganz so cremig, wie die Verpackung suggerieren will. Aber wenn man den Cookie isst, dann wird es sehr schnell cremig. Ich finde im Gesamten vom Süßgrad her auch richtig passend. Es ist nicht überdosiert worden. Wer gerne Erdnuss mag, dem kann ich diesen Cookie auf jeden Fall weiterempfehlen.